was geht leute hamburgers und herzlich willkommen zu einem special quattro pack opening mit dabei haben wir den danny was geht leute dann haben wir den max am start jo was geht ab und den til jo was geht jo dann werden wir jetzt die packs öffnen und jeder so beziehungsweise ich mache jetzt ein paar special sets auf alle anderen machen glaube ich 15k sets auf so 20 stück im drehen circa und ich würde sagen wir können aber mal beginnen also seid ihr schon drauf auf dem ersten pack ja ich bin ready sagt bescheid hier machen mich mal 35k set auf da machen wir 3 2 1 go ok so mal gucken ein paar informs oder so gehen immer durch komm 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 und wird sie ach du scheiße der gar non-ray an 35k set ist schon richtig böse warte mal kurz mein set ist ja nicht aufgegangen hier kam wieder origin werbung dass ich mir fifa points oder so jetzt kommt ein guter spieler das geht nicht weg ich bin es einfach so gewohnt mit fifa points zu öffnen ja man ich auch ok der ist eben auch schon blau blau man oh oh shit ich hab da einen guten gezogen danny hab ich gezogen kevin der bräu er rastet aus ich hab jetzt noch die der ist auch schon die freunde geht durch ja der kostet auch 150 oder so ne 100 ah alles klar ich weiß das nicht auf x los ist auf x los ist einfach wenn er hat hier aber auch noch im pack drin geht eigentlich ein starkes pack oh mein gott 35k sets let's go under one alter die sind todes heftig glaub mir mal ja man ich zieh nicht an pjanic zieh lulic ah falcao ist noch ein 83er der war mal gut der war wirklich mal gut ist aber schon ganz lange oh ne olson wie sieht der typ überhaupt aus mittlerweile immer das schwedische trollpack oh mein gott gleich den längsverteidiger oder den endverteidiger endverteidiger ist also komm schon alt maaan Aubameyang geht doch klar ja kann man gut verkaufen kann man aber klein benutzen komm schon mal in Form wieder komm komm eine blaue karte non-wale spieler komm Milito zieh ich seit du überhaupt noch spiel letztes 35k set komm schon lol wie schnell hast du runter gehört er zählt einfach kack aber richtig durchgezogen hehehe übertreibt ja ja olsen jaaa sauber und schon wieder Lovren ey ich hab schon wirklich was ich hab jeden Chor angezogen ne außer Moralch dega ich mach jetzt der fehlt 100k sets rasur pur jetzt schon ziehst du jetzt schon raus wie viele willst du machen davon 4 wenn da nix bei ist mindestens ein Inform ja Informs sind immer da du magst wo bleiben deine Informs sein ich weiß nicht ich weiß nicht noch gar kein Informs oh Petr Cech aber jetzt oh ich hab nen Draft Token die sind immer wertvoll die sind immer wertvoll ne ist echt so kannst du Kevin Schreff wird die Draft Token normal jetzt erstes 100k set diga erstes 100k set was jetzt? ja und epische Musik an diga weißt du wie ich hab einen grad in oh shit einen guten Inform ich hab einen Inform oh Junge meint der gut alle denken wenigstens so Hamjig oder so ich hatte ich hatte eben hier Brasilianer und ähm Verteidiger ich dachte so ja alles klar kam aber dann nur Mandanda sag ich schon Mandanda ist jetzt jetzt Innenverteidiger Miranda und wen hast du erwartet? äh ja Dingens Louis oder ja Silber komm wir machen wir machen noch einen Dingens auf ja einer ist dabei oh shit come on come on gimme einen blauen oh Benz oh shit du bist ein guter und ein Inform Ribery und Inform Ribery und Inform oh nice Junge ist ja nicht schlecht aber Ribery ist nichts aber Ribery ist weniger wert als Reus oder so ja echt? obwohl er 5 Sterne hat glaube ich das habe ich mal gesehen also ich weiß nicht ob es jetzt immer noch so ist den Fake has er doch noch Digga ich mach einmal einen No-Look-Fack einfach so boah auf Hoffnung dass ich machst du noch einen 100k? ja boah ey übertreibt Digga ich hopp wollte auch 4 Stück machen oder 5000 Coins Junge ich zieh die ganze Zeit Gerard und Lampert ich zieh 2 mal Klose wieder oh mein Gott ist das dein Ernst? oder ist da irgendein Duplikat? ah Duplikat wer denn? Beratia und Alonso die Schleiber eigentlich oh scheiße bei dir? ah ne doch nicht ich dachte kurz bei oh Boateng schon wieder ich dachte kurz bei dir wären die Team of Deer Karten ja schon Duplikat aber du hast sie ja noch gar nicht ne komm noch einen 100k Centiker ich will sie auch mit den komm schon ja ja Touré oooh geht doch klar geht echt klar für ein 100k Pack gibt schlechteres schlechteres ich zieh keine Infos mehr ich zieh gar nix wann ist der letzte gute Spieler hier gewesen? Kevin ist der einzige was bekommt bei dir 6 von Persi komm ich nehm paar 50 Kars jetzt hörst du jetzt einmal auf oh er haut einfach raus er haut ernst alles oder nichts alles oder nichts alles oder nichts ist das dein fucking ernst? ich krieg Pique Pique Ota Ota Manny ist auch noch da ist zwar ok aber Ota Manny habe ich auch 5 mal gezogen dieses Jahr echt ich hatte hier erstmal nur David Cahill ist auch nicht schlecht oooh Tera ne Cahill komm alter ey das sind so schlechte Packs ich habe hier 10 Spieler drin und alle sind non-rare ist Coachelny noch was wert? ja ne? jetzt ob also nichts was sich lohnt überhaupt zu behalten der Rossi kann ja könnte ja sein so weit Transferlist ist voll bitte keine guten Spieler mehr bei mir auch oh oh Muslera ach du Kacke nicht meine Info wie sieht es aus Kevin? wie viel machst du noch? ich weiß nicht ich bin gerade 50 ah ich habe nur noch 51 Kass der Liebricht ok Junge wie schnell öffnest du die? hast du noch 100 Kass oh oh Sturridge ich kann mir noch 2 Sets leisten das ist das vorletzte bei mir ok Ota Manny kommt nein oh da wäre ich sogar mit Ota Manny zufrieden komm Digga 100 Kass hat Dibi komm schon Info man Gareth Bale und und Kevin und es ist wieder der Bräune Digga ne alter immerhin geht echt klar das ist echt ja glaube ich 7,5 Kass hat 5 Kass 5 Kass das sind so schlechte Packs bei mir komm Digga 100 Kass sind noch Digga oh oh mein Gott Junge ist schon wieder bei Des man das nervt 2 mal er kann nicht aufhören man denkt immer dass der Rea kommt naja ja ja oh ne so ein letztes 7 Kass was Zeit kann ich mir noch leisten danach war es das bei mir ich warte mal auf euch ich mach einfach noch ein paar auf bis Kevin fertig ist ich mach einfach noch ein paar auf sehr geil ich bin auch gleich fertig Kevin haus aus ey das ist der beste Spieler den ich jetzt gezogen habe geil ey ah Stoß einfach ab Transferlist ist eh voll komm Alter ich mach ich geb alles aus bis zum letzten oh er übertreibt richtig ich will unbedingt von Ronaldo jetzt links Mittelfeld oh Portugiese links Mittelfeld dann oh dann kommt Rafa stell mal vor es wäre ah Ronaldo kannst ja gar nicht hier sind wie siehts aus Kevin ich hab nur noch 2 Sets übrig ok mach das ich zieh einfach die ganze Zeit und da kommt echt nix bei rum man kann aber auch nicht aufhören diese Packs jetzt immer mal so richtig süchtig hier irgendwie obwohl jeder jetzt schon eins kauft 5 Millionen oder so rausgehauen hat mit einem Quattro Pack Openings zusammen und es gab nur einen Totti ist echt zu bitter ne wo gab es denn das wir haben insgesamt 5 Millionen oder so rausgehauen ok bei mir ist das letzte Z100k ok nice ok ich bin ready sag Bescheid ist jeder ready? ach so warte 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 ich zieh nur grad eins ok warte ja ich bin jetzt soweit ok das letzte Pack 3 2 2 1 go jetzt ein blauer Empire komm 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 OMG HONAIDO 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 NIE HONAIDO 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 Er lacht so, ey, ich weiß das. Ich lache gar nicht, Digga, guck's dir an. Ja, kann ich dir gern sehen, Digga. Oh mein Gott, Digga. Send ein Foto bei WhatsApp, dann glaub ich dir. Ja, Mann. Digga, laut, oder nicht? Oh mein Gott. Digga, ich komm gar gar nicht raus, glaube ich. Ey, Junge, erzähl doch keinem. Junge, wenn er jetzt wirklich Ronaldo hat, aber... Ich weiß ja nicht. Genutzt, Mann. Echt, jetzt? Nein, Spaß. Ja, ich wollte es nicht sagen, Alter. Junge, hättest du den gezogen, ne? Ja, Alter. Das wäre zu witzig gewesen. Ja, Mann. Ja, Mann. Alle waren live. Alle überlegen erstmal so. Ja, das kann nicht sein. Irgendein anderer wäre glaubhafter gewesen. Ja, Mann. Ja, meine lieben Freunde, das war's mit dem letzten Pack, würde ich mal sagen. Schaut bei allen anderen vorbei. Es gibt auf jeden Fall einen Totti bei irgendjemandem. Könnt ihr mal auf jeden Fall reinsteamen. Sind ganz oben verlinkt. Und dann würde ich sagen, band mir das Pack-Opening. Wir sind alle raus. Und... Ciao. Macht's gut.